Musik Auch wenn wir Katzen lieben, bringen wir sie manchmal in Situationen, die von Katzen als unangenehm empfunden werden können. So kann beispielsweise Fremdes Katzen Angst machen. Um zu wissen, ob es ihrer Katze auch wirklich gut geht, ist es wichtig, ihr Verhalten genau zu beobachten. Dieses aber auch richtig zu deuten, kann mitunter gar nicht zu einfach sein. Das Institut für Tierhaltung und Tierschutz der VetMed Uni Vienna will mit dieser Videoreihe dazu beitragen, dass sie als Tierhalterin oder Tierhalter akuten Stress bei Katzen erkennen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man Stress, zum Beispiel beim Transport, reduzieren kann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.